so meine freunde heute zeige ich euch wie man Prozent sind die Effekte hinbekommen das haben schon ja ich weiß das haben schon viele youtuber gemacht aber ich mach's jetzt mal normal denn die haben das so gemacht die duplozieren die Ebene Bildkorrekturen und schwarz-weiß okay das machen wir einfach eine Ebenenmaske und machen alles weg was die nicht haben wollen ja so hier like aber ich mach das anders ihr stellt eine neue Ebene Ebenenmodus auf Farbe und Farbe weiß ne weiß auf Pinsel jetzt malt ihr einfach mal so drüber hier was ihr schwarz-weiß haben wollt ich mach jetzt einfach mal alles schwarz-weiß außer der scheiß Video da so jetzt könnte das auch noch anders machen also das Ding Frauen sind wie eine Schwiebel wenn man sich hält ist der Rest zum Heulen he he geil Matze hast du toll gemacht wir machen es geht auch anders es muss nicht nur schwarz-weiß sein ihr könnt irgendeine scheiß Farbe wählen zum Beispiel hellblau ja gell Farbmodus auf Farbe der Ebenenmodus scheiße und jetzt mal wieder durchbauen wir sehen es wird hellblau das war es jetzt bis zum nächsten Mal euer Michi bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal